Was wir jetzt zeigen, wird Ihre Welt der Werkzeuge revolutionieren. Für Profis, für Heimwerker, ein einziges Gerät für sämtliche Arbeiten. Renovieren, montieren, installieren. Ein Gerät, das Ihnen Tausende von Euro spart. Hier ist die absolute Weltsensation. Renovator. Renovator schneidet Holz, Kunststoff und Metall. Renovator schleift, schmirkelt, schabt, fräst und schlitzt. Problem? Problem gelöst. Mit Renovator. Renovator ist unschlagbar vielseitig, unglaublich beweglich und nur hier exklusiv für Sie erhältlich. Mit Renovator arbeiten Sie deutlich präziser als mit herkömmlichen Werkzeugen. Ihnen sind keine Grenzen gesetzt. Erledigen Sie hunderte Arbeiten, die Ihnen Tausende Euro sparen. Renovator ist eine absolute Weltneuheit. Im Unterschied zu gewöhnlichen Geräten benötigt er keine Rotation oder Schwingbewegung. Nur der revolutionäre Renovator funktioniert mit variabler Oszillationstechnik. 8.500 bis 21.000 Schwingungen pro Minute sind pure Kraft in Ihrer Hand für beispiellos präzises Schneiden und Fräsen. Schneller und unvergleichlich sicherer als mit herkömmlichen Geräten. Eine Werkstatt ohne Renovator ist keine Werkstatt. Welches Gerät kann Dutzende andere teure und gefährliche Geräte ersetzen? Das kann nur der einzigartige Renovator. Der professionelle Renovator ist bereits die erfolgreiche Nummer 1 in den USA. Er erledigt alle Arbeiten einfacher, besser und schneller als gewöhnliche elektrische Werkzeuge. Nur Renovator ist mit Oszillationstechnik ausgestattet und schwingt 8.500 bis 21.000 Mal pro Minute. Das erlaubt absolut präzises Schneiden. Renovator wurde entwickelt, um durch harte Materialien zu schneiden. Nicht durch Ihre Hand. Das ist die Renovator-Sicherheit. Bewältigen Sie die täglichen Arbeiten schnell, sicher und präzise. Die kniffligsten Aufgaben werden zum Kinderspiel.